Welchen Einfluss hat künstliche Intelligenz auf uns im Bereich Online-Marketing und was heißt das Ganze eigentlich für die Zukunft, wenn wir zum Beispiel eine Agentur haben oder aufbauen wollen oder wenn wir im Bereich B2B-Consulting unterwegs sind? Was sind die Auswirkungen, Implikationen von künstlicher Intelligenz slash AI auf uns? Ich habe mir das Ganze jetzt angeschaut, schon seit vielen, vielen Monaten, weil ja da es einen großen Hype gibt, seit es ChatGPT gibt und wir haben ja dazu auch schon einiges auch gemacht im Bereich Werbetexten, wo wir festgestellt haben, hey, im Bereich Werbetexten liefert das Ganze eine coole Grundlage, es kann dafür genutzt werden, um Ideen zu generieren. Mittlerweile haben wir festgestellt, im Bereich Digitalisierung kann künstliche Intelligenz uns auch dabei helfen, Sachen zu automatisieren, es kann Menschen Arbeitsschritte ersparen, aber wir sehen nach wie vor, dass künstliche Intelligenz bisher nur in der Lage ist, höchstgradig scharf umrissene Schritte uns abzunehmen, was bedeutet, dass wenn einmal klar ist, wie ein Prozess aussieht, dass eine KI den machen kann. Das heißt also, eine KI kann unter Umständen einen total durchsystematisierten, sehr simplen Prozess, den ein Mitarbeiter gemacht hätte, jetzt für uns übernehmen, was super ist, weil wir sparen dadurch uns Arbeitskräfte ein. Das heißt, momentan, das ist die erste Erkenntnis für mich, sehe ich, dass künstliche Intelligenz mir als Agenturinhaber oder als Online-Marketer oder als Berater eigentlich Mitarbeiter erspart. Also faktisch gesehen, meine Umsatzrendite erhöht. Das ist allererste auf der prozedualen Ebene. Das heißt, wenn du irgendeinen digitalisierten Prozess hast und du sagst zum Beispiel, hey, hier, OpenAI, mach mal was. Ja, find mal bitte in der Tabelle das, mach damit das und schieb mal da hin. So Tasks, die normalerweise ein Mensch gemacht hätte, ein Sachbearbeiter zum Beispiel, das wird jetzt relativ schnell, damit man nicht innerhalb der nächsten Jahre irgendwann, zwischen wahrscheinlich zwei bis zehn Jahre, in der einen oder anderen Form ersetzt werden. Das heißt also, mondäne, simple Aufgaben, langweilig sind, in Anführungszeichen, und ein Mensch bisher machen musste, weil es keine KI dafür gab, die wird ersetzt werden. Soweit kann ich es schon sagen. Dort kannst du quasi KI-Mitarbeiter irgendwann einsetzen, die als Agents viele deiner Tätigkeiten für dich übernehmen. Heißt aber in der Praxis nur, dass du für die Skalierung deiner Genie-Zone, ob du jetzt eine Agentur hast oder Berater bist, spielt gar keine Rolle, weniger Mitarbeiter brauchst. Das ist die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis, die ich hatte, ist, dass, wenn du nur rudimentäre Daten hast, überall das Gleiche rauskommt. Also es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele von diesen generativen AIs, die alternativen zu JetGPT sind und die kreieren im Prinzip alle mehr oder weniger das Gleiche momentan. Ja, und es kommt immer darauf an, wie gut ist die Person, die vor der künstlichen Intelligenz sitzt und was gibt die für Input, ja. Wenn du, wenn du Werbetexte generieren lassen willst oder du lässt dir vielleicht auch eine Werbeanzeige generieren und so weiter und so fort. Das ist genauso gut, wie die Person, die davor sitzt und A, den Input gibt und B, aus dem Output das auswählt, was gut ist. Das heißt also, diese Tools, weil sie jedem zur Verfügung stehen, weil sie günstig sind und weil es davon so viele Konkurrenten geben wird, dass sie sich preislich alle unterbieten werden, werden jedem zur Verfügung stehen. Es wird kein Webwebsvorteil sein. Das ist die große Sache, die ich momentan sehe. Und es kommt am Ende immer darauf an, wer ist jetzt die Person, die in der Lage ist, genau zu erkennen, wie gut ist das, was ich da gerade bekomme und vor allem, was gebe ich an Input rein, um jetzt wirklich das krasse Marketing-Know-how rauszubekommen. Und dafür musst du eigentlich immer noch besser sein als die Maschine. Und das ist der wesentliche Punkt. Als Online-Marketer, egal ob du Agentur bist oder Berater, musst du immer noch extrem gut sein, wenn du geile Ergebnisse haben willst. Und nochmal, ich habe es schon vielfach erklärt, wenn du eine künstliche Intelligenz hast, hat sie auch jeder andere. Das heißt, was passiert ist, wo es vorher gereicht hat, wenn du vorher auf dem Level performt hast als Online-Marketer, du warst okay. Und jetzt sind alle auf dem Level, weil sie eine AI haben. Dann muss es einfach besser sein als der AI-Durchschnitt. Das ist alles, was hier passiert. Je länger ein Markt existiert, je länger eine Branche existiert, desto mehr Leute kommen ja nach und nach dazu und desto besser muss das Marketing in dem Markt sein. Es gibt eine Art Wettrüsten. Wer hat das beste Marketing, der wird immer langfristig in dem Markt bestehen. Und was die AI gemacht hat bisher, ist einfach nur die Barrieren abzubauen, dass es einfacher ist, in Märkte reinzukommen. Anzugehen im Bereich Online-Marketing zum Beispiel. Weil du jetzt für einen Werbetext, für eine Werbeanzeige zum Beispiel, jetzt dir einfach was generieren lassen kannst in irgendeiner AI. Kriegst du aber auch irgendwas, wenn du kein guter Marketer bist und dein Input nicht geil ist oder du kannst es nicht gut bewerten. Dann gibst du irgendwas rein, bekommst du das Mittelmäßiges zurück. Und jeder hat jetzt mittelmäßige Texte. Jeder. Das Problem ist bei Marketing, dass das gute Marketing ja das ist, was sich von der Masse absetzt. Heißt also, eine KI wird niemals in der Lage sein, rein logisch betrachtet, Sachen zu produzieren, die sich vom Rest des Marktes absetzen, solange alle die gleichen KIs zur Verfügung haben oder die gleichen Daten zur Verfügung haben. Du kannst nur dann deutlich bessere Dinge generieren lassen, wenn du viel bessere Daten aka viel besseres Know-how hast als alle anderen. Wenn das, was du weißt über deine Zielgruppe, wenn das, was du weißt über deinen Markt, wenn das, was du an Daten hast, besser ist als das von allen anderen. Das heißt also, KI wird den Agenturmarkt nur dahingehend verändern, dass die Einstiegshürde geringer ist, du aber gleichzeitig viel besser sein musst als Marktführer. Das ist alles. Und deswegen kann man euch meiner Meinung nach so ein bisschen die Angst davor nehmen, dass KI irgendwie den Marketer ersetzen wird eines Tages. Das wird nicht passieren. Nur, mehr Unternehmen haben einfacher Zugang zum mittelmäßigen Marketing und der Mensch, der muss immer noch seinen Input hineingeben, um Meisterwerke zu erschaffen, die wirklich sich unterscheiden vom Rest. Eine KI wird immer Mittelmaß produzieren, so wie die Dinger momentan funktionieren und momentan arbeiten. Das musst du ganz klar verstehen. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass KI einen unfassbar hohen Einfluss haben wird auf den Agenturmarkt selber, bis auf die Tatsache, dass du mehr Geld verdienen wirst. Weil du KI als Mitarbeiter intern einsetzt, um dir Arbeitskräfte zu sparen. Und da wir sowieso Fachkräftemängel überall haben, da wir sowieso nicht viele Mitarbeiter haben, in nahezu jedem Bereich fehlen ja Fachkräfte, in Deutschland zum Beispiel, ist also eine künstliche Intelligenz in der Lage, Rollen auszufüllen, wie bisher ein Mitarbeiter machen musst du und der Mitarbeiter selber kann sich höherwertigeren Tätigkeiten widmen. Das ist meine Einschätzung zum Thema künstliche Intelligenz. Und da halte ich auch dran fest und deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen. Ich bin sogar hyped auf das Thema, weil ich weiß, ich kann intern noch bessere Sachen automatisieren, ich brauche noch weniger Personal, ich kann mit den Leuten, die ich habe, noch viel mehr Mehrwert kreieren für unsere Kunden und du solltest dasselbe Mindset an den Tag legen. Wenn du jetzt dich fragst, okay, wie kann ich das Ganze nutzen, wie kann ich jetzt zum Beispiel bei mir in meiner Agentur das Ganze einsetzen, wie kann ich generell Sachen systematisieren, wie kann ich eventuell geile Werbetexte schreiben, wie komme ich auf den nächsten Level, egal wo ich bin, als Coach, Berater, Trainer, Experte, Agenturinhaber, dann buche ein kostenloses Erstgespräch bei uns, bei Baulig Consulting. Keine Angst, ja, unsere Mitarbeiter sind aus Fleisch und Blut, die sind extrem gut trainiert darauf, mit natürlicher Intelligenz richtig geile Ergebnisse zu liefern, aber das Thema wird kommen, du musst darauf vorbereitet sein, wenn du davon profitieren willst, ja, Stillstand ist Rückschritt, wenn du also wissen willst, wie du auch hier up to date bist und wie du vor allem umsatztechnisch auf den ganz neuen nächsten Level kommen kannst, mit der Agentur, als Berater, als Coach, dann geh auf www.adressbaulig.de, trage dich zum kostenlosen Erstgespräch und wir hören uns, sehen es dann an gleicher Stelle, bis zum nächsten Mal, dann Dress Baulig. Mein Name ist Nico Dürr von der Finest Marketing GmbH, wir sind eine Online-Marketing-Agentur. Die Ausgangssituation vor der Zeit mit Baulig war, dass wir, ja, mehr oder weniger auf gut Glück vielleicht auch Kunden gewonnen haben, ja, wir hatten kein klares System, es gab wenig Prozesse. Unser Business hat sich eigentlich komplett verändert durch das Baulig-Coaching, wir haben viele Strategien von Bauligs implementiert, vor allem für unseren Sales-Bereich. Wir haben gestartet eigentlich zu zweit, mein Bruder und ich, und sind jetzt insgesamt zu sechst in den letzten Jahren gewachsen, haben ein neues Büro, von dem her hat sich viel getan. Unser aktuell bester Monatsumsatz war bei 130.000 Euro netto. Generell, weil wir jetzt natürlich auch als Agentur sprechen, würde ich jede Agentur logischerweise dieses Baulig-Training auch empfehlen, die einfach in Richtung Vertrieb, Prozesse, Mitarbeiter, Strukturen weiter wachsen will, weiter Vollgas geben will und, ja, die nächsten Umsatzziele erreichen will. Und dann, ja, das ist ja auch ein neues Büro.